Herzlich willkommen zur Klasse-Konferenz mit Cheftrainer Friedhelm Funkel vor unserem Heimspiel in Eintracht Frankfurt. Trainer, dein Statement vor der Partie in die Eintracht, bitte. Erstmal Glückwunsch nach Frankfurt und ans dortige Trainerteam. Die Mannschaft hat gestern eine gute Leistung gezeigt und hat sich eine gute Ausgangsposition erspielt. Er kämpft für das Rückspiel am kommenden Donnerstag im Mailand. Denn es kommt nicht oft vor, dass die Eintracht kein Tor schießt. Und deswegen glaube ich, dass sie große Chancen hat, mit einem oder zwei Toren in Mailand auch weiterzukommen. Und da bin ich direkt bei den Stärken der Frankfurter Eintracht. Das ist die offensivstärkste Truppe der Bundesliga. Sie sind auf allen Ebenen torgefährlich. Das haben wir im Hinspiel leider schmerzlich erfahren müssen. Sie haben in der Rückrunde noch kein einziges Spiel verloren. Auch das ist eine Leistung, die Anerkennung verdient und zeigt, wie schwer unsere Aufgabe am Montag hier im eigenen Stadion werden wird. Vielen Dank, Friedhelm. Dann eure Fragen, bitte. Wie sieht die personelle Situation jetzt aus? Kommt irgendjemand zurück? Ich denke mal, dass man zum Beispiel Adam Wozzeck wieder trainiert hat. Ja, Morales kommt zurück. Der war ja gesperrt. Adam Wozzeck kommt zurück, der auch wieder voll im Training ist. Bei Kevin Stöger muss ich noch abwarten. Ich werde morgen mal ein Gespräch mit ihm führen. Er hat ja schon ein paar Tage Fieber gehabt. Er ist jetzt wieder im Training. Und dann werden wir morgen mal darüber sprechen, wie ich das gerade bei Kevin sehe. Aber Adam, das ist kein Problem. Er ist noch nicht lange wieder im Training. Aber er war vom Boden. Ja, aber der hat ja, bevor er mit der Mannschaft trainiert hat, schon intensivste Individualtraining gemacht. Und ich glaube schon, dass er in der Lage ist, der Mannschaft wieder zu helfen. Man schaut ja gegen Scheide ganz gut gestanden, defensiv und kompakt auch. Wie kann man das noch verbessern, um gegen Frankfurt dann halt auch bestätigen zu können, wie die Offensive? Ja, indem man noch konzentrierter spielt, indem man noch weniger versucht, gerade die Frankfurter Offensive, wo ich eben vorhin gesprochen habe, in Fahrt kommen zu lassen. Das ist eine wirklich ganz, ganz große Aufgabe. Aber wir haben es in den letzten Wochen gerade defensiv auch sehr, sehr gut gemacht. Ausnahme mal das Spiel gegen Leipzig, das aber auch wirklich in den ersten Minuten total gegen uns gelaufen ist. In allen anderen Spielen hat gerade die Viererkette sehr, sehr gut gestanden. Und das herhoffen wir uns natürlich auch gegen die Eintracht, die individuell natürlich vorne in der Spitze, wer immer auch auflaufen wird, bärenstark besetzt ist. Und da müssen wir schon einen ganz, ganz guten Tag auf den Platz bringen, um dagegen auch standzuhalten. Die Mannschaft jetzt ja in Hoffenheim auch gegen eine sehr gute Offensivorteilung gut geschafft, überhaupt die Spiele zur Geltung kommen zu lassen. Ist das auch im Mittelfeld besonders gut zu stehen, um die Spitzen gar nicht anzuspielen? Ja, klar wird das gut, aber das wird man nicht über 90 Minuten schaffen, dass die Spitzen vorne nicht angespielt werden. Dafür ist die Mannschaft zu sehr in Bewegung, der Frankfurter Eintracht. Dafür sind sie viel zu aggressiv und laufstark. Und da müssen wir dagegenhalten. Von der ersten Sekunde an dagegenhalten. Wir wissen, was aus dem Zug kommt. Dann früh im Pressing und so weiter. Das haben wir in vielen Spielen jetzt in der Bundesliga und auch in der Euroleague gesehen. Am eigenen Leib, wie gesagt, vor 17 Spieltagen erlebt. Aber meine Mannschaft ist nicht mehr die Mannschaft wie beim Hinspiel in Frankfurt. Sie hat dazugelernt. Sie hat an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gewonnen. Und wir rechnen uns auch gegen die Eintracht natürlich was aus, wenn wir die Leistung der letzten Wochen auf den Platz bringen. Ich habe es gesagt, die Eintracht hat noch kein einziges Spiel verloren in der Rückrunde. Daran sieht man, dass die Mannschaft auch top drauf ist. Auch gestern das Spiel, das war gegen Inter Mailand, international, sehr, sehr gute Mannschaft. Ein bisschen Glück beim Elfmeter. Was heißt Glück? Den hat der Trapp super gehalten. Das war kein Glück. Das war wirklich super gehalten. Aber wenn der Gegner einen Elfmeter verschießt, ist immer ein bisschen Glück dabei. Aber auch das großartige Können von Kevin Trapp. Also auf uns kommt einiges zu, aber wir sind darauf vorbereitet. Was Ihre Mannschaft dafür hat, sind Revanche-Qualitäten. Sie haben jetzt gegen Augsburg, Nürnberg und Schalke nach Hinrunden-Niederlagen in der Rückrunde gewonnen. Das wäre ja dann auch für Frankfurt eine wichtige Maßstur. Woher kommt es, dass Sie in der Rückrunde gegen diese Mannschaften eher bestehen als in der Hinrunde? Ja, weil wir weiter sind, weil wir gelernt haben, ob das gegen die Frankfurter Eintracht auch zutrifft. Das weiß ich nicht. Das müssen wir abwarten. Wir können nicht daraus schließen, wenn wir jetzt dreimal gegen Mannschaften gewonnen haben, dass es auch gegen Eintracht Frankfurt klappt. Dafür ist Eintracht im Moment einfach auch sehr, sehr beständig. Und das waren die anderen Mannschaften eben nicht. Und deswegen wird das nochmal ein Stück schwieriger gegen die Frankfurter Eintracht, die ja auch vor Selbstvertrauen strotzt, die eine fantastische Runde bisher spielt. Und das kann man von daher nicht vergleichen. Das wäre schön, wenn das so wäre. Aber bis dahin stehen 90, 92, 94, 90 schwere Minuten haben wir da vor uns. Rechnest du damit, dass Eintracht mit der vollen Kapelle kommt? So drei Tage vor so einem mega Highlight im Mailand? Ja, natürlich. Die haben gestern, Rebic war nicht dabei, weil er verletzt war. Ich weiß nicht, wie schwer die Verletzung ist. Aber so viel ich weiß, hat Rebic auch im Hinspiel gegen uns nicht gespielt. Da haben sie mit Halea und Jovic gespielt. Und die beiden alleine, ja, haben das ein oder andere Tor im Hinspiel gegen uns geschossen. Und ich glaube schon, die wollen im Rhythmus bleiben. Die wollen versuchen, natürlich hier an die Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen. Und dann auch drei Tage später in Mailand, vielleicht wechseln sie auf ein oder zwei Positionen. Aber das weiß ich nicht, was der Adi macht. Und das ist für uns auch nicht ausschlaggebend, sondern wir wissen, wie wir zu spielen haben. Und der Spielstil der Eintracht wird sich nicht großartig verändern, ob der eine oder zwei andere in die Mannschaft kommen. Das ist immer Vollpower, 100 Prozent Power, 100 Prozent Aggressivität. Und da ist egal, wer beim Gegner auf dem Platz steht. Spielt das Hinspiel in der Vorbereitung eigentlich noch irgendeine Rolle? Weil du sagst ja, ihr seid eine ganze Zeit für Mannschaft als vor dem halben Jahr. Nein, das spielt überhaupt keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist so lange her. Und jedes Spiel fängt ja wieder bei Null an. Und hier Gott sei Dank auch bei uns im Stadion steht 0-0 und nicht 1-7. Wir müssen also nicht in 1-7 aufholen, sondern es geht bei 0-0 los. Und wir werden auch natürlich versuchen, gegen die Eintracht nicht in Rückstand zu geraten. Wir versuchen gut zu stehen, gut zu verteidigen und dann aber immer wieder auch nach vorne zu spielen. Und das hat die Mannschaft in den letzten Wochen gut gemacht. Wir wollen noch Phasen haben, wo wir Ballbesitz haben, wo wir vielleicht dieses aggressive Pressing des Gegners auch mal überspielen. Das kann bei der Mannschaft, das können einzelne Spieler. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir auch nach vorne gute Möglichkeiten. Wir haben ja gesagt, dass nach Verletzungspausen das zweite Spiel oft schwerer ist als das erste. Ist das bei so Marcel Sobotka jetzt vielleicht auch zu befürchten? Weil er hat ja ein super Spiel wieder gemacht, sein erstes. Ja, aber wir haben ja eine lange Pause gehabt. Wir haben eine lange Pause gehabt von Samstag bis Montag. Und ich habe immer gesagt, zweite, dritte, vierte Spiel. Das kann man so nicht an einem Spiel vielleicht festmachen. Er hat das Spiel sehr gut verdaut. Ja, wir haben zwei freie Tage gehabt, die gerade ihm sehr gut getan haben, aber auch den anderen Spielern. Und wie wir es dann letztendlich machen, das werden wir Montagabend sehen. Nach dem Schalke-Spiel hatten Sie auch ein paar lobende Worte für den Elvin Barcock übrig, dass er ein gutes Spiel gemacht hatte. Spielt er in Ihrem Kopf auch eine Rolle? Ja, der spielt auf jeden Fall eine Rolle. Er hat das erste Mal von Anfang an gespielt und das hat er auch ganz ordentlich gemacht. Und ob er jetzt aber gerade gegen die Eintracht zum Einsatz kommt, das steht noch nicht fest. Aber in den Überlegungen spielt er natürlich eine Rolle. Es ist noch gar nicht so lange her, da sind Fortuna und Eintracht zusammen aufgestiegen. Eintracht hat eine Überwertentwicklung gemacht in den letzten Jahren. Kann man denn diese Entwicklung mit diesem Verein aus Fortuna Sicht als Vorbild sich vielleicht nehmen? Ja, da muss man ein bisschen weiter zurückblicken. Die Eintracht hat eine Entwicklung genommen seit 2004. Sie ist 2004 aufgestiegen. Kurioserweise mit mir. Und hat dann über einen langen Zeitraum in der Bundesliga Fuß gefasst und ist dann noch einmal abgestiegen. Und ist dann, glaube ich, mit der Fortuna wieder aufgestiegen. Also sie waren in den letzten Jahren, 2004, in den letzten 15 Jahren oder 16 Jahren nur einmal in der zweiten Liga. Fortuna war nur einmal in der Bundesliga. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Und wir sind noch längst nicht so weit wie die Frankfurter Eintracht. Da müssen noch Jahrzehnte dazukommen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, in diesem Jahr unser Ziel zu erreichen. Nicht mehr und nicht weniger. Und was dann im nächsten Jahr möglicherweise passieren kann, das muss man abwarten. Aber ich möchte mich, oder ich möchte uns überhaupt nicht mit Frankfurt vergleichen, mit Eintracht Frankfurt, weil die uns meilenweit voraus sind. Das war auch mittelfristig gemeint, nicht jetzt, dass ihr nächstes Jahr... Ja, mittelfristig sollten wir uns lieber orientieren an Freiburg. An Freiburg, an Mainz, an Augsburg. Das sind so die Mannschaften, die es auch fantastisch gemacht haben in den letzten 10 Jahren. Da kann man auch vor den drei Mannschaften, vor den drei Vereinen verantwortlichen, kann man da nur den Hut ziehen. Und der Frankfurt ist dann noch ein klein bisschen höher. Also erstmal kleine Schritte machen, um dann irgendwann vielleicht auch mal dahin zu kommen, wo die Frankfurter Eintracht ja jetzt schon zum zweiten Mal in den letzten Jahren ist, nämlich in der Euroleague. Das ist noch ein weiter Weg und deswegen schön auf Boden bleiben, schauen, dass wir die Nötwunde in den Punkten holen, um in der Liga zu bleiben und dann geht es nächstes Jahr hoffentlich weiter. Schwingen noch ein bisschen Gefühle für Frankfurt mit, was mit 94 Spielen, die Sie in Frankfurt als Trainer gemacht haben? Ja, natürlich. Zur Frankfurter Eintracht gerade auch jetzt wieder, weil mit Armin Reuters ein sehr, sehr guter Freund von mir dort wieder im Trainerstab ist. Adi Hütter, wir kennen uns für flüchtig. Aber ich glaube, wir haben beide eine gewisse Sympathie füreinander, wie er arbeitet. Das finde ich fantastisch und zum Verein natürlich auch. Wenn man fünf Jahre da war und 194 Bundesliga-plus-Pokalspiele gemacht hat, dann kommt man auf über 200. Das vergisst man natürlich nicht. Und wenn Sie in den letzten Wochen immer wieder auch gesehen haben, die Unterstützung der Leute in Frankfurt, das ist so wie hier in Düsseldorf. Das ist einfach fantastisch und das trägt diese Mannschaft von Frankfurt eben auch. Und ich kenne eben auch noch viele Verantwortliche, die um die Mannschaft herum arbeiten oder im Vorstand der Eintracht sind. Und deswegen habe ich zur Eintracht immer eine positive Beziehung. Es gibt noch weitere Fragen. Gut, dann die Zuschauerzahl für kommenden Montag. Wir haben bisher 37.500 Karten verkauft und nach Frankfurt sind 3.500 Karten gegangen. Dann danke fürs Kommen und bis Montagabend.